Hallo, ich bin der Harry von Nitro Snowboards und ich darf euch heute den Scala TLS vorstellen. Der Scala TLS ist ein Entry-Level-Damen-Snowboard-Boot, von daher eher ein bisschen mehr auf der komfortableren Seite zu Hause. Nichtsdestotrotz auch mit einer sehr guten Gummi-EVA-Außensohle für guten Halt ausgestattet. Wir haben auch hier im Fersenbereich noch eine Unterstützung, damit die nötige Steifigkeit nach vorne erreicht wird. Dann eine gemoldete Zunge, eine einteilige Zunge, die diese Steifigkeit nach vorne unterstützt. Auch hier wieder unser TLS-Schnürsystem, sodass man den unteren Teil separat vom oberen schnüren kann. So kann sich jeder das wirklich individuell anpassen, je nach der eigenen Fußform. Dann die Schnürung vom Innenschuh ist hier schon auf den Innenschuh angebracht. Damit dann hier keine Bewegung zwischen Innenschuh und Außenschale passiert, ist hier eine Verzahnung verarbeitet. Das Gegenstück dazu liegt dann hier im Innenschuh, das rastet ein und so verhakt sich der Innenliner mit der Außenschale, sodass ihr auch hier einen festen Halt habt. Das Material vom Innenschuh ist auch hier Thermo-Foam. Thermo-Foam, das passt sich durch die Körperwärme an eure Fußform an, sodass ein eigenes Anpassen und Aufheizen nicht notwendig ist. Auch hier die Latex-Hillpads wieder verarbeitet für den zusätzlichen Fersenhalt. Alles in allem ein sehr, sehr guter Endschuh-Level-Damen-Boot, der einfach die Grund-Nitro-Features eines Snowboard-Boots beinhaltet und umfasst, sodass ihr hier wirklich eure ersten Steps oder, falls ihr ein Liedereinsteiger seid, hier ein Boot der neuen Generation zur Verfügung habt.